Ja, hi Leute! Und ja, wir haben jetzt mal in Minecraft, machen wir jetzt mal, wir machen ein Let's Play Together und ja, machen eine ganz neue Welt. Wie soll die heißen? Mach einfach geile Welt. Überlebensmodus, okay, neue Welt erstellen. So, jetzt werden wir erstmal starten, wenn die Welt mal geladen ist. So, äh, das sieht sehr leer aus. Wir sind genau im Dschungel und die Welt leckt. Ja, Moment. Und ich kann ihn nicht mehr weg. Das ist sehr schandend. Oha, das war ein Erdruck. Den können wir jetzt gleich wieder da scheiß reinsetzen. Jetzt werden wir jetzt erstmal ein bisschen Holz kloppen. Aber spricht der so komisch. Also, jetzt kloppen wir uns erstmal Holz, genühen Holz, weil wir jetzt nicht gleich den Creeper verkacken wollen. Okay, ja, wir holen uns jetzt, kloppen wir uns jetzt erstmal Holz ab. Ja, also, wir werden gleich erstmal ein kleines Haus bauen mit Ofen und uns ganz gemütlich machen. Ja. Genau. Bis dann wird's richtig geil, unser Haus. Ja. Und im letzten Video von Minecraft hatte ich euch ja gezeigt mit diesen Kommando-Blöcken. Guckt euch das nochmal an, ist auch ganz interessant. Also, ich bin hier gerade bei meinem Freund, also bei meinen Kollegen zu Besuch. Und ich zöcke gerade eben bei ihm. Ja, wir zusammen. Also, das Let's Play wird nicht jede Woche sein, also mal so im Monat oder so, aber wenn wir mal was bauen, dauert das Video so ungefähr eine Stunde oder so. Damit das richtig geil wird. Das dauert aber sehr lange hochzuladen. Ja. Okay, trotzdem, wir machen eine Stunde. Ja, dann könnt ihr eine Stunde angucken, was wir hier machen. Okay, jetzt werden wir uns erstmal Holz craften. Das sieht doch mal geil aus. Erstmal eine Crafting-Box. Und was ist dies? Okay, machen wir gleich den ganzen Rest dafür. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal eine Werkbank. Ja. Mit ein paar Holzschwerthornen gleich so. Warum ist das? Wir brauchen uns erstmal so einen Scheiß hier. Eine Holzhacke. Spitzhacke. Ja. Dann bauen wir erstmal so ein Ding hier. Ein Schwert. Also, ich bin gerade hier das erste Mal so am Laptop. Ich will das sonst immer am PC. Ist ein bisschen schwieriger für mich. Okay, und noch eine Holzhacke. Ja, dann werden wir gleich erstmal die Truhe wieder mithacken. Wieder mitnehmen. Dann gucken wir erstmal, wo wir unser geiles Haus gleich hinbauen. Wir müssen uns einen geilen Standpunkt suchen. Okay. Oh cool, da ist eine Höhle. Ist auf jeden Fall scheiße. Da unten sind Creeper, falls ihr den nicht gesehen habt, aber mein Freund findet ihn geil. Aber wenn wir gleich schon sterben, das wäre nicht cool. Hoffentlich kommt nicht gleich irgendwo ein Skelett und fickt uns in den Arsch. Kann man nämlich nichts anderes sagen, wenn es gleich einer kommt. Ja, also es wird sehr gefährlich und gleich fehlt uns auch noch vielleicht Hunger. Ja, und außerdem, äh, ja, gleich fehlt es auch schon Nacht. Das geht sehr schnell in Minecraft und... Acht, also der Prozess ist acht Minuten Tag, acht Minuten Nacht. Ja. Ja. So circa. Ähm, ja. Und unser Vorbild ist von Pete, Meep, Hardy, Jay und Sam. Natürlich auch Dennis und ihr Pete. Ihr seid große Klasse, Leute. Macht eben weiter. Gronkh ist aber auch geil. Ja. Gronkh ist sehr geil. Mein Gott, eben ist eben bei uns im Let's Player Team eben. Ja. So, wenn es Nacht wird, bauen wir uns, wenn wir jetzt kein Fressen finden, bauen wir uns gleich einfach runter. Also hier sind alles nur solche Pilze, aber die können wir nicht... Oh, gleich können wir Pilzsuppe machen. Dann hacke ich mal gerade diese Pilze ab. Sollten wir uns nicht einen Gearschnitten... Ey, hier ist doch ein perfekter Platz, um unser Haus zu bauen, oder? Ja, um auch einen... ...perfekter Platz, um zu fressen abzubauen. Ja. 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 Äh... Oh, der ist gerade ein Pilz. Oh, ein Hühnchen. Okay, ja, hack das erstmal. Nice, nice, nice. Ey, du hast es noch keinmal getroffen. Groß Schindel. Oh, ging das schnell. Ja, der Schwert ist ja halt geil. Das hackt sehr schnell etwas ab. Nur ist leider noch immer aufs Holz. Wir werden uns jetzt erstmal ums Essen kümmern. Wo war dieses dumme Huhn? Da. Ja. So. Dann werden wir uns jetzt erstmal... So. Dann haben wir erstmal geil gefunden. Ja. Dann haben wir uns erstmal hier unten jetzt einen kleinen Unterschlupf. Wo wir uns verstecken können und so. Eisen, nice! Oh ja, schön. Nice, nice. Ja, Eisen. Sehr geil. Jetzt schon Eisen zu finden. Mal sehen, da ist auch noch Eisen. Ich werde erstmal um den Eisen jetzt gerade mal rumbauen. Vier Eisen. Nice. Nice, sehr nice. Ja, echt. Das ist echt. Nice. Ja. Very nice. Okay, wir suchen jetzt noch ein bisschen nach Kohle. Und dann werden wir unser Haus bauen, oder? Ja, also bis zum nächsten Tag haben wir das Haus auf jeden Fall fertig. Also schon mal angefangen. Jetzt suchen wir erstmal noch. So. Ja. Jetzt craften wir erstmal. Ja, craften. Auch eine sehr nützliche Sache, wo man... Was man sofort machen müsste. Ja. Erstmal craften. Machen wir erstmal das hier. Also, Minecraft ist schon ein sehr geiles Spiel. Das beliebteste Spiel 2003. Und 6. Und natürlich alle noch, ja... Naja, können wir eben noch nicht sagen. Es ist einfach geil. Ja, das bockt sich voll. Weil... Also ich würde mir an eurer Stelle das Spiel auf jeden Fall hören. Jetzt werden wir uns erstmal einen geilen Ofen machen. Wo wir erstmal... Das machen können. Und... Wir sollten uns vielleicht ein paar Schälchen machen. Vier Stück. Ja. Dann können wir jetzt sofort erstmal eine Pilzsuppe machen. Mal was zu fressen. Einmal Pilzsuppchen. Falls wir gleich Hungerbalken wegkriegen. Das ist schon mal geil. Ja, wir kriegen jetzt Diamanten. Das ist Eisen, ne? Ja. Und jetzt werden wir erstmal nach Kohle Ausschau halten. Ja. Wann wird es überhaupt Nacht? Gleich, oder? Oder ist es schon Nacht? Wir werden sowieso hier die Nacht durchbauen. Du hast doch eben gesagt, wir bauen, äh... Äh... Ja, wir müssen ja erstmal Kohle finden. Okay, finden wir auf. Ja. Und wir können jetzt eigentlich auch hier hochgehen. Könnt ihr jetzt mal gucken, ob hier vielleicht Kohle ist. Das wäre jetzt Hammer-nice, wenn wir noch vor der Nacht... Oh, cooler Rhythmus, oder? Kohle finden wir. Also echt, sehr geiles Spiel. Für 20 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Wird eigentlich nie langweilig. Manche Simulatoren, oder so, hat man ja, ähm... Schon am ersten Spieltag gleich alle Missionen durch. Also in Minecraft gibt es ja keine Missionen, aber... Ja, man kann Ender-Drank killen. Ja, es ist halt geil, äh... Einfach Überlebensmodus einstellen und dann, äh... Das ist mir geil erstmal was bauen. Wenn wir jetzt Pech haben, geht's gerade Nacht. Als erstes, äh, dass man bauen kann, sein eigenes Haus. Hm. Ja, also die Sonne... Ah, du hast unsere Höhle jetzt zugebaut, okay. Die Sonne geht unter. Das ist nicht nice. Und das ist überhaupt nicht nice. Was war das eben für ein Geräusch? Wir werden jetzt ganz schnell... Unser Haus bauen. ...einen kleinen Unterschlupf machen. Auf jeden Fall. Weil sonst bauen hier gleich welche, und das wäre... Nee, nicht gut. Also, ich krieg jetzt schon Panik. Weil wenn hier gleich irgendwo ein Creeper oder so steht... Der kann uns sehen, verdammt. Weil da wäre... Also, einen, äh, kleinen Unterschlupf jetzt in Minecraft zu bauen, ist gar nicht so schwierig. Also... Also, zwar nicht. Also, man sollte das nur auf jeden Fall vor der Nacht machen. Sonst, äh... Seid ihr wie wir gerade am Arsch? Wir sind noch nicht am Arsch. Warte, ich guck mal. Können wir vielleicht... Nice. Es hat uns ja jetzt, äh, bis jetzt noch kein, äh, Zombie oder so oder Creeper entdeckt. Also, äh, bau am besten da noch ein Dach drüber. Da hinten stehen Skelette und so. Also, es wäre jetzt nicht nice, wenn wir jetzt sofort gleich verkratzen. Äh, man baut anders ein Dach. Man muss, äh, darüber einfach bauen. Du musst... Ja. Na, ja. Du musst einfach da, boom. Ja, gerade mal auf Grafikeinstellung gehen. Grafikeinstellung. Was willst du denn? Wolken, okay. Warte. Mach mal. Jetzt können wir mal was gucken. Sichtweite, ja. Ja, weil wenn ihr Sichtweite zu weit habt und die Wolken anhabt, äh, dann ist natürlich in Minecraft, äh, nimmt sehr viel Arbeitsspeicher weg. Äh, kann das sein, dass es ein bisschen leckt, weil bei mir vorher auch normal, ja. Jetzt haben wir die Sichtweite normal. Jetzt machen wir hier einfach ein kleines Dach drüber. Ja. Dass wir gerade da, äh, so reinpassen. Okay, eine Fackel brauchen wir jetzt. Jetzt haben wir erstmal vier Eisen. Fackeln werden wir nicht kriegen, weil wir, dummerweise, noch kein Dings haben. Oh ja, stimmt. Warum, würde ich jetzt, solange der Ofen noch geht, mich mal hier runter bauen. Und krank mal schnell. Oh ja, das war eben ein Lecken eines Monsters, oder, ja, ein Geräusch eines Monsters jedenfalls. Was man da eben gerade gehört hat, oder was man jetzt auch wieder hört. Ich krieg Panik, Leute. Wir haben Panik hier. Oh, der Ofen ist gerade ausgegangen. Kann das sein? Scheiße. Oh oh. Das können wir jetzt noch schnell anbrennen. Ah, wir würden unser ganzes Holz verschwenden, aber... Da wir nichts anderes tun können, fackeln wir das jetzt mal an. Ja. Aber die Riesenspinnen in Minecraft, die sind ja echt ekelig. Mit ihren roten Augen. Also irgendwo ist hier so ein Vieh. Ich habe die Scheißhöhle gefunden. Die Höhle, die wir eben gebaut haben, ist zufällig. Oder war eigentlich eine Höhle? Da ist eine... Nein, das war eine Höhle. Kein Grünschen, Panik. Ja. Ich würde jetzt nicht zu weit wegbauen, sonst kommen wir nicht wieder zurück. Kann möglich sein. Oder doch. Ja, wir finden immer den Weg zurück. Okay. Wir wissen nicht gerade wirklich, wo dieses Scheißvieh sich befindet. Oh, unser Feuer ist gleich wieder aus, glaube ich. Befürchte ich. Ja, ja, ist gleich aus. Das geht... Ja, ich glaube, ist gleich aus. Oder nein. Wir können uns da am Tag... Wir haben noch ganz viel. Wir haben noch ganz viel. 25 Steine oder... Steinblöcke. Ja. Das hört sich halt so widerlich an. Finde ich nicht, hört sich nach Stein an. Irgendwo ist so ein Vieh. Ich habe keinen Bock, jetzt schon zu sterben. Und wann stirbt man? Wenn man eben stirbt. Ja. Wenn diese Herzen da leer sind. Ne? Ja. Also es könnte sehr bald passieren, dass wir sterben. Vielleicht ist ja das Glück bei uns, dass hinter diesem Gemüse hier irgendeine Kohle ist. Weißt du jetzt immer noch den Ausgang? Ja, über uns. Okay. Ja, ja, ja. Stimmt. Ja, hier war es irgendwo so ein... Jetzt ist gerade unser Ding kaputt gegangen. Oh. Ja, ähm... Wir müssen gerade mal kurz beenden, weil irgendwie leckt das. Hattest du leckt? Ah ja, jetzt leckt es nicht mehr. Nein, ich meine das mit der Spinne. Die ist irgendwo draußen. Aber wir wollen sie ja nicht begegnen. Wieso nicht? Dann könnten wir sie gleich töten. Was ist der Schlechtere? Ach so, dann können wir uns hier auch töten. Ja. Das Problem. Ich mache jetzt gerade mal schnell ein Eisenschwert, weil ich jetzt sehr gerade Angst habe. Und wenn ich das hier jetzt... Ach ja, ich muss ja noch mal einen neuen Spitzakel. Warte, ähm... Lass mich gerade gucken, wie lange dieses Video gerade schon läuft. Okay, mach. Warte, warte. Wir drücken Escape. Oh, schätze. Escape. Äh, wir gucken kurz mal. Erst 20 Minuten... Also... Also Leute, äh, schaltet jetzt nicht ab, weil jetzt wird's, äh, ja... Wie vor, es wird da... Spannend. Gut, wir gehen jetzt raus und gucken mal, was da für ein 4 auf uns wartet. Ja, wie gesagt, unsere Videos werden so eine Stunde jetzt dauern. Wird halt jetzt nicht jede Woche ein Video... Äh, äh, also nur jetzt Play-to-Beerder sein, äh, aber... Aber ich hoffe, die Nacht ist gleich vorbei. Ja, das hoffe ich auch. Wir werden jetzt mal rausgehen. Kann es sein, dass die Spinne sich gerade in unser Haus reingreift? Wir graben doch gerade nicht. Und es hört sich so an, als würden wir graben. Ach nee. Uh, scheiße. Ich habe mal Pilzlöbe gefressen. Scheiße, scheiße. Okay, jetzt sollten wir uns beeilen, dass, ähm... Ja, wir diese Spinne erst mal... Ich glaub's nicht. Äh, es ist gerade Tag geworden und... Ah, das war ein Slime! Ah, der... Ih, dieses eklige Vieh. Äh... Was ist gerade? Also, Leute, jetzt auch nicht abschalten, weil... Es wird, wie gesagt, super spannend. Und es bleibt super spannend. Wir wären gerade fast gekältet worden. Ja. Von ein paar... kleinen Slimes. Und ein Mutters Slimes. Und diese kleinen Drecksviecher. Okay, ja, die Spinne töten wir am besten auch noch, ja. Okay, ähm... Wir haben unser Leben... Laut ab! Oh, scheiße! Äh, weißt du schon das Neueste? Wir haben zwei Leben verloren, zwei Herzchen. Guck mal auf die Anzeige. Oh, wir haben unser Herzchen wieder ein bisschen aufgefallen. Ja, weil wir Hunger haben. Ah, ja! Jetzt erst mal... Ein Leben haben wir jetzt verballert. Äh, aber jedenfalls, äh... Haben wir noch viel Leben. Jedenfalls können wir jetzt hier scheißgeil weggehen. Sie sind kack! Äh, du hast gerade unseren Ofen, glaube ich, weggehauen. Kann das sein? Ja. Ja, ist auch gut so. Weil wir... wollen uns hier jetzt verpissen. Wir wollen erstmal ein bisschen nochmal Holz kloppen. Und diese Pilzen mitnehmen. Ja. Weil wir... Ich höre da hinten wieder ein Slime. Wo war denn Slime? Sind die Slimes auch am Tag da? Mein Gott. Scheiße. Jetzt lacht mal. Sind die Slimes auch am Tag da? Ja. Oh, scheiße. Leute, jetzt glaubt bloß nicht. Ich kenne mich mit Minecraft nicht so gut aus. Das kommt deswegen, weil ich... Immer jetzt... Wo ich mit euch... Also, er hat auf Creality sonst immer gespielt. Und da gab es keine... Ja, ist logisch. Der musste nicht... Nicht ums Überleben kämpfen, halt. Und... Ja, das habe ich jetzt... Ich bin... Ich spiele jetzt gerade. Also, ich... Ich werde auch mal in den... Äh... Ja... Überlebensmodus wechseln in meiner Welt. Du wirst erstmal heftig trainieren. Ich habe dir das gezeigt mit der Rüstung und so. Ja, ähm... Wir hatten vorher schon ein bisschen gezockt. Und deswegen... Ja, halt... Wir hatten vorher schon ein bisschen gezockt. Ja. Was ist das? Aber nicht auf dieser Welt, als das hier ist Zuckerrohr. Ja. Das können wir noch gebrauchen. Also, ihr könnt ja in die Comments schreiben, wie ihr unser Video so findet. Aber ich sag euch eins. Und diese Welt ist so scheiße. Wieso? Ich finde die geil. Hier so scheißen Scheiße, Kohle zu finden. Ah ja, das stimmt. Und in manchen Welten ist das so geil. Wir haben nur Eisen gefunden bis jetzt. Äh... Und Kohle. Ja, um unseren Ofen anzuzinken, brauchen wir Kohle halt. Ja, man kann auch anders nehmen. Aber... Da wir jetzt hier so ein Scheißloch haben, werden wir hier jetzt erstmal alles reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Was sind das da für Bälle? Sind das so Schleimbälle so? Ja. Aber die kann man jetzt nicht gebrauchen. Weil wir jetzt nach Eisen suchen werden. Nämlich nach Eisen, nach... Ihr wisst schon, Kohle. Ja, und sonst... Ja, wie gesagt, schreibt in die Comments, wie euch das Video gefallen hat. Und was wir noch sonst tun können. Also, was wir auch verbessern können. Ja, und... Ja, macht einen Daumen hoch, abonniert uns. Also, ich glaube, ihr findet unser Video scheiße. Aber das liegt daran, wir beide, also ich und mein Freund, wir haben lange Zeit Creative Mod gespielt. Ja, und deswegen, ja, halt... Aber wir werden noch fleißig trainieren. Und wenn ihr uns abonniert, bleibt ihr halt auf dem neuesten Stand mit unseren Videos. Und... Wir könnten denen ja auch mal ein Höllenportal zeigen, ne? Wir haben wieder die Scheiß-Bälle. Wie, Höllenportal? Also, willst du das jetzt zeigen? Nein, ich muss mir das nochmal angucken. Okay, das werden wir vielleicht im nächsten Let's Play Together, werden wir ein Höllenportal bauen. Vielleicht, also, bis dahin vielleicht. Ja, und... Wo wir dann uns in die Hölle teleportieren lassen können. Und... Aber ich sag's euch, kennt ihr, also ich, ähm, wenn ihr jetzt kein Minecraft noch nicht so gut kennt, ist nicht schlimm, aber... Falls ihr es kennt, es gibt Zombie-Pinguine. Und die gibt's dort. In der Hölle eben. Ne? Ja. So richtig fette Zombie-Pinguine. Also, ich persönlich war jetzt noch nicht in der Hölle, weil ich bisher noch nicht wusste, wie es geht, weil ich immer im kreativen Modus halt war. Und, ähm, ist halt auch egal. Äh, jedenfalls... Machen wir trotzdem die Let's Plays Together machen wir trotzdem und halt, ja... So, und es fehlt schon wieder fast ein Hungerbalken. In dieser verfickten Welt Eisen zu finden. Nicht Eisen, ihr wisst schon, Kohle. Das ist so behindert, diese Welt. Ja, in manchen... Später wird sie vielleicht noch geil, aber jetzt... Auha. Auha. Man kann ja auch Diamanten finden, oder? Ja, kann man... Ja, klar. Man kann Kohle, Eisen, Diamanten finden halt und... Mal gucken jetzt mal, ob wir was finden. Ja, wir können jetzt natürlich auch Eisen und so graben, aber... Ja, ähm, wir brauchen ja jetzt dringend Kohle. Ja, um unseren Ofen halt anzuzünden, wir... Anzuzünden. Ja, also nicht unseren Ofen. Äh, jedenfalls... Um Hülchen und so zu braten, ja. Ja, darin nicht den Ofen anzünden, sondern in dem Ofen ein Feuer zu machen, so logisch gesagt. Ja, und Gott, es ist sehr scheiße, Kohle zu machen, aber... Ich hab jetzt keine Lust, Kohle zu suchen. Okay, wenn du keine Lust, Kohle zu... äh... Keine Lust, Kohle zu suchen hast, äh... Dann mach doch doch was anderes. Sollten wir nicht... Holzkohle will ich jetzt machen. Äh, sollten wir nicht ein größeres Haus vielleicht bauen? Ja, aber erstmal ist das Wichtige, wir müssen gut überleben können. Okay. Also kloppen wir jetzt erstmal ordentlich Holz. Dass wir wenigstens bis zur nächsten Nacht es haben. Was war das? Ich hasse diese Musik. Achso, das ist die Musik. Die Kevin hasst. Ja. Du hast gerade schon deinen Namen verraten, falls du weißt was. Ja, also ich heiße XD Kevin. Nein, du heißt einfach Kevin. Ja, wir heißen einfach so, also Gronkh. Sehr witzig. Neu Geld drauf. Also ihr müsst ihr unbedingt mal anklicken. Also... Wir sind nur Fans von Gronkh, die auch mal als Let's Player werden wollten, weil wir ein geiles Vorbild hatten. Also, wir haben jetzt vorher keine Let's Place gemacht, weil wir halt nicht auf die Idee gekommen sind und ich habe meinen YouTube-Account noch nicht so lange. Den habe ich erst seit 2012, so Ende 2012 und deswegen habe ich auch noch nicht so viele Abonnenten. Was heißt jetzt nicht so viele Abonnenten? Jedenfalls habe ich jetzt 36 Abonnenten oder so. Ähm, und jedenfalls... Ja, wir wollen halt noch mehr Abonnenten gewinnen und... Ja. Ja, es wird nach... Aber dafür, dass ich erst seit, äh, 2000 Ende 2012 angemeldet bin, bei YouTube ist das schon, äh, gut, dass ich, äh, 36 Abonnenten habe. Das ist schon, äh, geil. Hammermäßig. Und, äh, ich habe, äh, bald 8.000 Videoaufrufe, also jetzt habe ich ungefähr 7.800 Videoaufrufe oder so. Ah, toll, ey. Wieso toll? Jetzt ist mir ein Stein weggegangen. Achso. Äh, ja. Also, später bauen wir es dann jetzt nochmal richtig, weil... Jetzt wird es ja gleich dunkel. Oh, scheiße, Erde. Ja, und falls ihr es noch nicht wisst, also, man kann, äh, mit einem bestimmten Befehl, mit einem Comment sozusagen, kann man, äh, in, äh, Tag umschalten. Also, dass es plötzlich Tag wird. Das machen wir aber nicht. Also, ich guckt euch einfach, wie gesagt, das, äh, Comment-Blog-Video an. Ich habe da vor kurzem mal ein Video gemacht und, ja, guckt es euch mal an. Ob es natürlich euch gefällt. Okay, jetzt werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber gleich wieder. Wieso? In deinem Ofen. Ja, äh, wir sehen jetzt gerade auch, äh, wir sehen gerade unser Inventar. Also, die Hälfte nehme ich jetzt und dann schmeiße ich das hier rein. So, das werden wir jetzt noch umwandeln in Eichenholz. Haben wir erst mal wieder Holz. So, das wird unser erstes Haus werden, das wir bauen. Also, also, Werkbank hin. Jetzt sozusagen unser erstes Haus, was wir zusammenbauen. Ich habe ja schon ein Haus gebaut alleine. Weil mir ein bisschen ein paar Tricks drin gezeigt hat heute. Und, ja, in der anderen Welt. Aber das hier wird jetzt... Jetzt kommt wieder so ein Scheiß-Slime. Oh, ja. Das hier wird jetzt, äh, auch unsere Welt bleiben, wo wir auch drin bleiben. Wo wir jetzt drin jetzt plänen werden, ja? Ja. Wir werden jetzt nicht, äh, zwischendurch zu anderen Welten wechseln, weil das, äh, kacke ist. Weil man, äh, sich jetzt an eine eigene, äh, andere Welt gewöhnen muss. Und deswegen halt, ja. Jetzt haben wir erst mal drei Fressens-Dinger. Und dann noch eine Schüssel. Okay, das hört man deutlich. Draußen ist wieder ein Slime. Das hört sich so an, als würde man jetzt, äh, Steine abpacken oder Gras abpacken. Oder kacken gehen. Also so scheiße und Slime, wie ich diese Viecher hasse. Er ist ein bisschen gestört, nur ein Scherz. So, Holzkohle. Zehn Kohle. So, das ist doch wohl nice. Oh, jetzt haben wir 40 Fackeln. Ja, jetzt haben wir eine Fackel. Also 40. Ja, 40 Fackeln. Jetzt wollen wir erst mal, was ist passiert. Achso, der Ofen ist ausgegangen. Okay. Super, geil. Wieso bauen wir nicht einfach eine Fackel? Ja, wir haben ja gerade Fackeln uns gecraftet und... Oh, wir haben wieder alle, äh, lebenvoll. Habe ich gar nicht bemerkt. Eine Fackel reicht jetzt, im Moment. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Ja, äh, und, äh, ja, halt, äh, 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 ja, ich baue, äh, oder wir bauen jetzt einfach mal weiter. Ja, und, ja, hier sind jetzt die Fackeln. Ähm, und ja, die Fackeln. Ja, und, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Ja, jetzt wird es wieder anfühlen. Ja, ähm, was bauen wir heute? Kennst du Dr. Bebo? Ähm, ja. Ja, also... Wir bauen jetzt hier weiter und, äh, draußen lauert immer noch dieser Slime, wovon er eben schon gesprochen hat. Äh, äh... Von diesen dunklen Slimes, die nerven immer. Dunkle kleine Geschäfte. Oder haust du gerade. Nein, ist kein Slime mehr, oder? Sei mal schnell. Doch, doch, doch. Das hoppelt da rum. Ist immer noch ein Slime da. Slimes nerven, so. Slime-Nerven zu Nerven. Ähm... Ja. Ich hab das jetzt ja nochmal so ab, ey. Ja. Ähm, was werden wir jetzt gleich genau machen? Wir haben ja noch eine halbe Stunde... werden wir noch recorden, ne? Äh, weil wir haben erst eine halbe Stunde recorded jetzt. Ja, also wir werden gleich erstmal noch ein bisschen weitergehen. Für euch. Weitergehen? In unserer Welt? Ja. Okay, wir werden unsere Welt versichtigen, sozusagen. Oder was meinst du denn? Nein, das mein ich nicht. Hä? Ich höre gerade die Objekte nicht mehr genug. Faden? Faden? Okay, cool. Faden. Okay, das ist grad sehr scheiß. Wieso? Lackt das gerade wieder? Ja, ich kann grad nicht mehr gut wechseln, diese hier. Jedenfalls fällt mir ja gar nicht auf, wenn es lackt. Äh, jedenfalls ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir jetzt nochmal zwei das. Ah ja, Holzkohle. Und tun das da raus. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen. Das ist in Minecraft doch gar nicht so wichtig, wie man den Ofen, ob man den Ofen beheizt hat, oder? Also nein, so richtig nicht. Aber wir müssen uns jetzt ein paar Leitern bauen. Ja, aber trotzdem, es ist ja überlebenswichtig. Wie gesagt. Und deswegen... Ja, das macht man einfach jetzt. Äh, ja. Wir fahren jetzt hier wieder weg, gehen wieder in unsere Höhle und suchen weiter nach Eisen. Also wir bauen uns jetzt hier runter. Okay, ja, noch tiefer. Äh, wenn man noch tiefer baut, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man, äh, Eisen... Kohle findet! Ja. Kohle, 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 Endlich haben wir mal Kohle gefunden weil wir uns tiefer gegraben haben. Und das haben wir eben halt nicht, deswegen haben wir eben auch nichts gefunden. Oh, der Slime ist immer noch draußen. Oh, Kohle, 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 Kohle. Der Slime soll doch... Oh, Kohle, 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 Kohle. Auf jeden Fall erstmal abbauen. abbauen, richtig viel Kohle craften. Boah, Alter, ist ja viel Kohle. Eisen, lol. Ja, er sagt es du so, hier ist ja gar keine Kohle, was ist das hier für eine verkackte Welt und jetzt finden wir hier voll Eisen und Kohle. Und nochmal zwei Eisen. Kohle, 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 Kohle. Und die Spitzhacke ist im Arsch. Ist hier noch? Oh, okay. Wir müssen uns eine neue craften jetzt. Und wir haben wieder mal die dummen Dinge vergessen. Boah, ey. Das hieb's doch nicht. Ja. Fackel, Pflasterstein. Ich glaube, es ist jetzt schon Tag. Ja. Hä? Okay, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben eben den ganzen Tag gegraben. Kann das sein? Ja, kann sein? Ich glaube, wir haben eben den ganzen Tag durchgegraben. Und deswegen ist es jetzt wieder Nacht. Oder nein, der, äh, Slime war ja, äh. Nein, das will ich nicht. Oder der ist ja immer da, der Slime. Ja, stimmt. Jetzt warten wir erstmal noch auf einen. So. Dann werden wir erstmal noch was in der Box hier niederlassen. Ja, da können wir erstmal wieder Dinge rein tun. Und ja. Dumme die Sachen zum Beispiel. Zum Beispiel das hier. Ja, und das. Das wird ganz schön viel Arbeit, das Video nachher hochzuladen, ne? Wieso? Also für den PC wird das viel Arbeit, heißt das. Wir müssen das, äh, Video erstmal exportieren und dann müssen wir das halt uploaden. Und das kann lange dauern, weil wir ja eine Stunde recorden. Aber wir können dann sofort das nächste Video aufnehmen, ne? Ja, könnten wir. Oder nein, oder doch können wir. So, was jetzt geil ist. Aber dann machen wir nur ein 15 Minuten Video. Nur so ein kleines, okay? Oder? Schade, was jetzt nicht geil ist. Wir könnten uns jetzt schon oder einen Helm machen, schon aus aus Eisen. Ja. Ja, und genau das machen wir jetzt auch. Oh, wir haben das Eisenhelm. Ja. Hat er gerade gecraftet. Oder wir haben das gecraftet. Ja, jetzt haben wir ein Eisenhelm auf. Und, äh, wir können natürlich auch ein, äh, die Klamotten craften, also aus Eisen. Jetzt, äh, eine Hose, äh, aus Eisen craften. Toll, das ist ja so super gelaufen. Toll, das ist ja so super gelaufen. Was ist hier jetzt passiert? Okay. Einen Stock. Ein paar Stecker. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was er craften will. Jedenfalls etwas cooles. Wie immer. Ja. Oh, okay. Cool. Cool. Echt lol. Ja. Oh, wann wird es denn endlich tot, dass wir diesen Slime-Eintritt mal loswählen? Mach mal auf. Hau mal auf. Ja, ach nee. Mach mal, äh, hau mal das weg. Das mal sehen, ob es... Okay, es ist wieder tot geworden. Wo ist denn dieses dumme Kind, Alter? Da rupft der herum, das scheiß Ding. Oder ist hier... Da ist auch noch einer im Slime. Hier, Big mit der rum. Okay, jetzt sind ganz viele Slimes. Okay, die können wir aber besiegen jetzt. Okay, die springen uns nur entgegen, Alter. Okay, wir haben die gleich besiegt. Kriegen wir irgendwie Schaden von denen? Äh, wir... Wäre eine Spitze zum Besiegen nicht besser. Nein, ist es glaube ich nicht. Schwert ist besser. Junge Schwerter sind dafür gemacht worden. Ja, Schwert. Ja, Schwert. Ja, die nerven echt voll. Wenn die jetzt in der Nacht immer kommen. Jede Nacht, dann ist das echt nervig. Weil wir sie immer jeden Tag besiegen müssen halt. Ist ja logisch. Ja, und jetzt ist es fast schon vorbei für heute. Warte, ich gucke gerade mal, wie viel Recording-Zeit wir haben. Warte mal. Sehen die das? Und ja, wir haben jetzt 45 Minuten. Ich glaube noch weiter. 45 Minuten gleich. Und zurück zum Spiel. Ja. Okay. Wollen wir hier was erstmal reinlegen. Erstmal scheiße. Und die Kacke wird darauf gemacht. Legen wir mal die Hühnchen. Also wir haben jetzt noch 20 Minuten Recording-Zeit. Und ja. Ja. Wir machen eben jetzt geile Sachen. Naja, das werden wir jetzt nicht tun. Denkst du daran, woran ich denke? Woran denkst du gerade? Dass gerade irgendwas hier nicht stimmt. Jetzt wird die Welt gerade wieder erst dreid. Vielleicht kackt sie wieder ab. Ja, ähm. Das dauert nicht lange, weil, ja. Weil man halt... Aber wieso kackt sie immer ab dann? Das ist irgendwie blöd. Jedenfalls leck das nicht so doll. Aber es kommt auch daher, weil wir im Rekorden. Und deswegen, ja. Leckt es auch noch ein bisschen. Nicht der Puh noch ein bisschen auch. Hä? Wieso schrottest du unser Dach gerade? Das wurde aus Stein. Okay. Ja, Stein ist besser. So ein Scheiß hier. Ja. Und mein Hausdach in meiner Welt habe ich ja auch aus Stein und teilweise auch Glas, damit ich durchgucken kann, gemacht. Und ja, das ist halt viel besser. Das ist stabiler. Sieht besser aus. Und halt, ja. Und halt, ja. Die Truhe. Unser schöner Ofen. Wo wir viel Kohle gefunden haben. Oh, wir haben ihn wieder beheizt. Okay. Wäre es nicht nützlich, damit wir in unserer Bude es richtig warm haben... Ja, wäre es nicht nützlich, in unsere Bude eine Tür reinzubauen? Ja, aber machen wir erst mal das Dach. Ja, würde ich auch erst mal machen, dass wir die Grundlagen von unserem schönen, wunderschönen, kleinen Haus fertig haben. Klein, aber fein. So gesagt. Ähm. Ja. Ja, hier kommen wir wieder rein in unser schönes Heim. Ja. Äh. Ja, Handwerk. Oh, wir haben uns eine Tür gecraftet. Okay, mit dem Craften, äh, so zugegeben, kannte ich mich auch noch nicht aus. Aber jedenfalls habe ich, äh, von ihm jetzt ein bisschen mehr gelernt und... Ja. Also, von euch, eine Tür bringt man immer von außen an. Ja. Also, nur damit die Swiss-Tür immer von außen anbringen. Habe ich auch bei meinem Minecraft-Haus und meiner Welt gemacht. Also, das heißt jetzt, äh, das hier, diese Welt ist jetzt von uns beiden zusammen, also... Oder nein, es ist nur seine halt, also... Nein, unsere. Ja, unsere. Äh, ja... Oh, wir können uns jetzt mal Hähnchen brutzeln. Und wie kriegen wir dieses wunderschöne gebratene Hähnchen, wenn es entweder fertig ist, aus dem, äh, Ofen raus? Achso, man muss wieder an den Ofen drangehen und muss das halt in das Inventar schlägen, also... Ja. Oh, ich glaube, wir brauchen etwas wieder zum Futtern, oder? Nein, da steht ja... Ist hier volle Futterangabe. Okay. Das ist gut. Okay, jetzt, äh, baue erst mal das Dach fertig aus Stein. Aber die Größe von unserem Haus reicht ja eigentlich, ne? Die reicht ja vollkommen. Da ist ein schöner Ofen drin. Ich habe jetzt in meiner Welt so ein Mega-Haus gebaut. Also, ich will jetzt nicht angehen, aber... Ich will es nur gesagt haben. Aber natürlich ist das Creative. Ja, und da hat man halt, äh, nicht so viele Möglichkeiten, äh... Da kann man nämlich viel besser bauen. Ja, im Überlebensmodus kann man, ja... Auch nicht. Ich würde mich auch bauen, aber... Aber... Aber Creative-Mod kann man eben schicken. Deswegen habe ich auch erst mal mein Haus im Creative-Mode gebaut. Und über Befehl kann man ja, äh... Einfach den Game-Mode umändern. Und? Einfach eure Taste, die bei Option, äh, Steuerung, gelegt ist für Befehl. Einfach, äh, die Taste dann drücken. Dann Game-Mode eingeben. Leerzeichen. Jetzt haben wir erst mal wieder 10 Holz gesammelt. Zwei ist für Überlebensmodus, eins ist für Crea... Äh, Creative-Modus. Aber es gibt auch noch einen anderen Mode-Modus. Und dann... Ja, es gibt den Abenteuer, gibt es auch noch. Äh... Nein, du hast den Abenteuer, es gibt Hardcore. Ja, gibt es auch noch. Ja. Ähm... Und ja, und danach, wenn ihr die 1 oder 2, je nachdem, in welchen Modus ihr wechseln möchtet... Äh, wir wollen jetzt, also, im Beispiel, wir wollen jetzt mal in den, äh, kreativen Modus wechseln. Was wir aber niemals tun werden? Ja. Nehmen wir den Befehl Game-Mode und dann Leerzeichen, zwei, Leerzeichen. Und dann... Ja, Slash-Game-Mode. Ja, Slash ist sowieso schon angegeben. Game-Mode und dann zwei... Hatte alle Hühnchen geschafft, die auch hat er. Und danach... Okay, gut. Und danach halt, ähm... Ja, äh, euren Benutzernamen. Okay, jetzt macht eben, jetzt mach, ähm, Schnitt, dieses Katastrophe. Okay. Wir verabschieden uns von euch und... Ja. Ja. Okay, dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Los. Abonniert mich, kommentiert mich und, ja, ciao.